Ich werde sofort von mir das beschossen. Was wird raus? Ja, wow! Digga, sofort von Scheiß Midas! Verpiss dich! Ah, Digga! Ja, da guckst du blöd, ne? Komm jetzt hin! Einer ist tot! Einer ist tot! Ja, ich denke ich bin von diesem Bot. Ich bin ja weh! Digga! Ja! Ja! Hilfe! Mein Gott, wir sind ein Gegner gewesen! Ah, wo bist du, Jan? Unter mir! Hilfe, Flo! Komm bitte schnell! Ja, komm schnell! Ja, ich geh raus, tschüss! Hab schon viel Spaß! Ja, der eine ist wieder bei der Rescue jetzt, Digga! Ach dann, tschau! Was ist Flo? Wie sagt tschau! Wieso? Digga! Hallo! Ja! Wer ist nicht der Platz zu Nier? Mitten jetzt! Der hat aber so ne Scheiß! Der hat mal Solo gespielt, Digga! Ach komm Digga! Auf Wiedersehen! Na, tschau! Ich zal nicht sagen! WHEN. Ich will daserna- Das war's für heute. Du meinst, du machst zwei Runden, bist leicht, okay, dann gehe ich offline, Nils, dann zock nachher mit Matti oder so. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Ich habe einen Lenden. Ja, ich habe einen Lenden. Ich habe einen Lenden. Wow. Was ist das? Ich hätte K.P. Ach Junge Mati Digger Digger Oh mein Gott Digger Ich habe einen H.P. Ehh H.P. 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 Der Tag ist so OP Digga, was ist das Witz? Ey, diese Katze ist so eine Ecke Ja, ich muss mich um den Rücken Ja, hier der Kammerdruck Ey Digga Boah Aber das... Irgendwie irgendwie Hier, Mati LOL Ey, fuck Oh mein Gott Digga Ich hätte das unter D genommen Nein, 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 nein Nein, scheiße GG Junge Gelb ist falsch Und dann können wir wieder holen Und dann spauen Einfach alle beim Spawner Digga Oha Scheiße KILL 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 Ey, KILL gestealt Ja, ich hab 100 AP Ich hab genau 100 AP Ich hab hier so Ritzen Ich hab hier so Ritzen Was? Alter B Sie hat den ULTRA-J koopet im Krieg gesehen Äh, die spülen alle mit der Technik Aber die haben keinen Aim haben Junge Ja, rein Jo Auch, Geh ich hab dieses Scheiß Tag entfie Äh, Tag Äh, Kampfdigger ein 32er pump mit dir, let's go 110er ich hab so viel in modern headshot gegeben also ultra viel ich hab die können ja nicht mehr bauen nein, hier wurde der Kegel gestillt Nein! Du warst so long! Hey! Wieso Taktiker, ne? Ich bin jetzt auch Ah, ich hätt's nur an, dass er den linken Kopf ist Noch einen Ehre, das kann doch mal diesen Scheiß Ja, achten wir uns hier Das schmeckt doch oder nicht Jaha Tod Tod Oh mein Gott Ah, fuck Digger Was? 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 Oh mein Gott Da sind die Wurde Taktiker hoch nutzen wird nur weil die mann spiel den Knopf drücken dann geht einfach mit da hoch Ja, ich bin so viel geholfen, wenn ich jetzt gerade Scheiße Geil Ja, du Pisser Ein 55er! Wenn das 210er gewesen wäre, hätte ich ihn so easy umgebracht Ich bin so schnell Ich bin so schnell Nein, ich hatte einen auf dir, scheiße. Pisser. Oh, ich hab was aufgeholt. Digga, lass go. Ach. 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 Oh man, die abgestockt! Ich bin 44 Ich bin 44 Juge Sorry Och digga Pumpslam hat wer tot Ja Junge Ehrenmann, der hätte mich umgehauen Pumpslam hat wer tot Pumpslam hat wer tot Ja Junge Dinger Ey Dinger Sollen wir den gleich jetzt mal loskommen Sollen wir den jetzt gleich mal no-scope geben? Ok komm Okay warte schon mal eben nicht weiter Der wird schlecht Die Karte ist so schlecht Ne Junge Komm du Digga Komm du Du f***st ab mit dem Tag Ne Ab ihn Ja chill du Bärte Katze Der will mit dem Team Alter Oh nein Der wollte mit mir liebes Ich hab den aber losgucken Der kann doch jetzt hier du Benneinten Tag Ich hab mich so der Kürkis Du hast diesen Cutter gesehen Er wollte ihn so umbringen Ich hab mich schon Ich hab mich schon Ich hab mich nie Ich hab mich wieder Ich bin hihihi Nein, die teamen, die teamen, Jan! Wir müssen teamen, komm wir müssen teamen Ja guck ich mach das auch auf Ehren los, Digga, hier Warte chill 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 Ich hol mir mal eben eine andere... Ja ich hol mir mal die... Hä Digga, wer ist wer? Hier sind zwei von deiner Sorte Du hast Flügel, ne? Ja Scheiße, ich hätt ihn so geholt Ja, ich spiele das Was ist der Fall? Oh ja Da, der Team base funktioniert Ja, hier ist er Das ist ein Kater! Der Korb ist tot! Ich habe ihn hops genommen, ich habe ihn hops genommen. Okay, wir hatten die Erde. Ich brauche einen Genoskop. Komm, schließe den Genoskop. Ja, der Genoskop. Ja, mich. Scheiße, scheiße. Entschuldigung, entschuldigung. Ja, ja. Da siehst du gleich wie einer. Ach so, du streamst gerade, ne? Ja. Ja, der Kater, Digga. Ja, ja, ja. Mati. Ja. Bei mir sind alle... Die sollten gerade mit dem Team... Soll ich so gut, als ob ich mit dem Team her und sie dann umbringe? Okay, die jetzt hat mich eingeladen. Ja, lad dir mal die Glöcke an. Ja, lad dir mal die Glöcke an. Ja, mach ich. Ich will mal die Glöcke an. Ich los. Du steinkert nicht. Mal die Musik. Ich los! ich die Team nicht lang. In funcionien? Das macht mich zu. Ich muss nachгуke Be Oh. Ich will die Ring-ĩ красивyor. ich bin die die aber das das wo ist denn der Lobby? Einmal! Mach doch öffentlich! Er ist fein, Mann! Ah ja, er will sogar privat! Ah, der denkt jetzt aber, wenn ich den jetzt einlade... Ja, er kann nicht rein! Digger, warum kommt die jetzt denn nicht? Der denkt jetzt, ja, äh... Ich glaube, ich spiel jetzt nicht. Bei mir! Die Team beiden gegen zwei, ne? Er ist One-Shot gegeben. Oh, hinter uns! Ey, warte, komm mal hier! Ey, warte, komm mal hier! Guck mal! Wie bist du? AHHHHH! Ja, ich hab die, Digga! Ich hab alle gekillt! Ah, Digga! Ja, er hat mich echt ekelhaft! Ich mach das jetzt auch auf mit dem Team! So, und dann... Warte, warte, warte! Was ist das denn, Digga? Nein, ich hab seinen Vertrauen missbraucht! Digga, wann kommen die denn? Ey, der Tag ist so viel! Hier ist schon auf... Hier ist schon auf... Hier ist schon auf Kapsel wieder da! Oh mein Gott, Digga! Ich bin so ein Team! Oh mein Gott, Digga! Äh... Äh... Deflon! Holyfuck, Alter! Lauf bei dir! Lauf bei dir! Lauf bei dir! Die haben 99 Punkte noch gewonnen, Digga! Zum Schluss! Habt ihr den Preis bekommen? Äh... Nein, nein! Das kommt ja zu Ende! Die sind 99! Gut, weil ich hab... Äh... 200! Äh... Äh... Später angefangen! Das heißt, uns fehlt noch zwei Runden! Ja, ja, ja! Auf geht! Das mit zwei Runden hätten wir locker noch 140 oder 160! Und dann wären wir so beim Stand wie Pilette jetzt gerade hat, Digga! Scheiße! Wie geht das da, Junge? Scheiße! Wie geht das da, Junge? Die haben nicht... noch... Äh... Also noch einmal... Ah, ich will noch einmal einen killen! Ja, okay, mal raus! Okay, dass man rausgeht und dann, äh... Irgendwie... Irgendwas... Sass... Machen... Machen... Okay... Ich hab auch einen umgebracht... So... Ey... Alala... Nils... Ja... Uah... Pah... Wie lange läuft der noch um? Und... Wurdest du von irgendeinem Pro gekillt? Äh... Keine Ahnung... Und selbst wenn, fehlen sie sich, glaube ich, anonym... Weil... Achso... Ich hab schon bei mir rein geguckt... Und... Halt... Die wenigsten sind halt anonym, wegen halt Preisgeld und... Ich glaube, einfach hat mich schon gekillt... Weil die waren halt beide anonym... Und... Ey, Digga... Die haben Mike und wir, Digga... Die haben uns so genuss... Äh, nicht genuss, glaub... So... Äh... Weggesniped, Digga... Waren die... Waren die da gut? Was... Was... Mit David und irgendeinem anderen... Das war ganz anderes Level, alter... Fucking... Sheesh... Ja... 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 In der... Guck mal in der letzten Zone, ne... Also... Nicht... Das war nicht die letzte... Das war so die... Äh... Letzte Zone... Da lebten 40 Leute... Nimm einen anderen Skin... Nimm einen anderen Skin bitte, oder Mati... Irgendeiner von euch... Ja... Ich mach schon... Ich mach schon... Es lebten 40 Leute, alter... Boah... Das war so heftig, alter... Aber dann haben wir uns doch... Ruhig geangelt, alter... Pfff... Das war so nice... Abo bei... Doch, ich lass dir... Jo... Was ist mit Mike oder... Keine Ahnung... Äh... Ja... Dass wir dann... Irgendwie so... Red vs. Carcass... Spielen können... Lappen wir irgendeinen... Ein... Ey, es gibt... Wieder neue Matheaufgaben... Kein Bock, Digga... Ich hab die alten noch nicht mehr fertig... Ey, Neil... Ist alles gecheckt? Ich hab das Arbeitsheft... Gar nicht zu Hause... Ey, Neil... Hä... Wie... Neuere Aufgaben als ein Arbeitsheft? Ja, gibt's... Haben die heut... Pizza hat im Meeting gesagt... Gibt die... Äh... Ey, ich würde irgendwie... Es gibt auch mal... GL auf Hausaufgaben... Ja... Und GL kriegen wir auch noch neu... Ähm... Und... Ja... Ey, ich will irgendwie... In der Schule haben... Entweder... Entweder... Ey, ja... Das geht... Wenn man im Lauf ist... Zuhause... Ist es gar nicht mal so schlimm... Weil ich will ja... Nicht so... Äh... Ich mach auch nicht richtig ganz alles... Also ich mach auch nicht komplett alles im Arbeitsheft... Ja... Gerne... In etwa... Ich mach nur... Ich mach nur zum Schluss einfach alles... Also... Nicht alles... Aber... Nur das... Was wir zuletzt bekommen haben... Ja... Ja... Okay... Aber das ist ja alles Wiederholung sowieso... Das ist allgemein... Jetzt schon... Komm... Ich fühl dich allein... Kegel... Volumen... Kack... Oberflüge... Und diesen ganzen... Shit... Lass mal versuchen mit Level 200 zu kommen... Jaja... Deathrun... Ist schon geil... Also... Ich... 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 Scheiße... Wartet mal eben... Und... Habt ihr getörtelt, Nils? Ja... Zum Schluss... Was heißt... Also... Wir wollten halt nicht so... Wir mussten... Wir mussten halt... Wenn wir zu... Dingens flogen mussten... Da wurden wir halt getörtelt... Aber sonst... Äh... Och ne, Digga... Das... Das ist voll die Kack-Map, glaube ich, oder? Ist das? Warte mal... Respawnen musst du, Nils... Achso... Ja... Aber... Aber... Nubes... Das Map-Feller... Das Map-Feller... Boah... Und dann sind wir halt... An der ganze Zeit in so ner Box geblieben... An der ganze Zeit in so ner Box geblieben... Und haben halt von außen immer so geschossen... Nein... Ich bin aus Versehen zurück zum Tentrum... Was ist das für ein Shit... Ja... Komm wieder rein, Mati... Ja... Aber... Wenn... Wenn ich beobachten muss... Was ist dann... Ich glaube, ich stelle das auch auf YouTube hoch, Digga... Das war so nice, Alter... Es wäre so schade, dass nicht dabei warst, Digga... Was hat der Vater eigentlich geschrieben? Hä, wie meinst du? Du hast denn das so ne Sprache übergeschickt... Achso, ja... Der hat... Der hat... Der hat Nachtschicht, Nils... Der muss nicht lange arbeiten... Digga... Ich bin da, wo ich vorher war... Nils... Ich bin da, wo ich vorher war... Nils... Nils... Was? Ich bin... Äh... Da, wo ich vorher war... Hä, Digga... Ich komme nicht drauf... Hä, als ob man das geschafft hat... Ich komme nicht... Ey, chill, Leute... Ich komme wirklich nicht drauf... Digga, wo seid ihr denn? Digga, das buggt entweder bei mir, Digga... Oder ich bin einfach scheiße... Scheiße... Ah, endlich... Oh, Leute... Geh, geh du... Oh, Scheiße... Junge... Das war so offensichtlich... Ich hab's... Ich stimme, man kann einfach drüber schwimmen... Ich bin dumm, Alter... Nein! Nein! Alter, wirst du da jetzt? Nein! Ja, wieso springt der denn nicht? Oh, Mann! Wieso muss man denn hier respawnen? Ich bin super krass... Och, Digga! Ja, ich bin super krass... Ja! Ich bin super krass... Ich bin super krass... Ja... Ich bin super krass... wobei es wäre aber ziemlich geil da könnten nur die ultrapros scheiße, hä? Jan äh wie ist Jan das schon? Loll das Ding ist ab 50 Punkten, Alter, da kommen wir schon so smittlich zu sein ich glaube ich warst ab 100 Punkten, Digga beim nächsten Turnier mach ich glaube ich mit David oder so, weil du willst glaube ich mit David oder so moin, hä? das hat man unterstützt Digga was ist, Jan? ich glaube ich kann damit David, weil du hast eh mehr Punkte als ich glaube und du willst dann nicht hinbezockt oder so ja doch Digga, ich hab richtig Bock mit dir zu zocken, Mann Digga, ich wollte auch eigentlich heute Digga, aber das ging mir nicht ey Digga Digga, ich hab mich ja die ganze Zeit gefragt, ob du das nicht irgendwie machen willst und du meintest so nö, Digga ja, will ich ja, aber ich will auf meinem Account spielen ja, da musst du halt deinen Vater fragen, ob er das akzeptiert also, diese E-Mail hey, die löst einfach nicht aus, du hey, da musst du nicht mit E-Mail, da musst du doch in den Launcher, äh, beim PC Juhi 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 da easy digga den verkacken ja Digga ja, Digga was ist das? was ist das hier? aber ich weiß jetzt nicht ob ich jetzt noch mal teame wechseln kann also oh mein gott Ich bin gerade so weit, ne? Wenn die Line zur Ende ist, muss ich respawnen. Ja, Digga, ist das ein ekelhafter Sprung, Junge. Wieso macht man das da keinen Boden? Wie ist das denn? Wettbauer, Alter, Foxy, Alter. Bist behindert, Alter. Ja, Digga, ey, dieser Jump wieder, Digga, der war am Anfang auch. Ist das langweilig gemacht, Digga. Endlich. Oh, Mann, Digga, ich bin Jump verkacken. Ey, ich kann cheaten, ich kann cheaten. Leute, guckt euch an. Guckt mal, hallo hier. Ey, ich, ich glaub es, bis dahin. Du bist zu schlecht, Mati, Digga. Ey, tschüft mal. Warte mal. Warte mal. Leute, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Mati, komm zu mir. Komm zu mir. Ich komm mal. Digga, man kann einfach cheaten, Leute. Easy. Nicht, komm zu mir, da auf Bouncepad. Warte mal drauf. Und nein, Leute, da kommen wir so over. Nein. Ja, aber hier kannst du auch da, hier oben drauf. Nee, das vertraue mir einfach. Hä? Nein, nein, nein. Ja, Digga, ich bin es viel. Tschüss mal. Meee. Hä? Hä, wo sei denn? Ja mei Digga, geschafft. Wie, Hä.. Digga, was ist das für aber ne Map. Loll! Nisch komm her. Ja, hier kann man nicht mehr, oh, das ist geil. Hä? Wieso krieg ich hier keine Ding raus? Los Leute Digga mach dich lauf doch einfach zu uns Ach so Ja 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 Nein Ja nein Ich hol wieder ATK Ja moin Digga Das ist eine Map Tausend Level Digga Wie ist das so scheiße Junge Chillt mal Hatte tausend Level Waren wir hier schon? Ja Doch da waren wir Nein Oder Nein Weiter schneller Ey 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 doch hey getausse oh schüt 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 Lass mal in das Zentrum gehen, wir werden ein bisschen behindert, Digger. Ich bin jetzt die ganze Zeit creative. Ja, also durch geht es eigentlich, ja. Ja, moin, Alter, das ist mir reißig. Komm, mach Bock hier, Piri. Junge Mati, geh doch raus. Digger, Allah. Junge. Was ist das? Firefish is water. Lol. Hey, hier ist so ein Boxfight, ne? Random Boxfight. Achso, ja, das kenne ich. Hey, Lol, ich will gleich so eine Fashion-Show mal da hinten. Du dritt. Haha, Digger. Komm rein, Mati. Drei. Zwei. Eins. Und. Null. Oh mein, du hast Glück gehabt, Mati. Hey, was ist das? Hey, Leute, du bist aber neben mir. Wie geil. Ey, wie geil. Das ist so nice. Lass dich mal kurz. Ey, ist... Ah, Digger, ist leck. Haha, wie laut. Ja, das ist ein Ding. Okay, ich... Ich... Hä, sind hier wieder, oder? Ja, ich weiß nicht, Leute. Lol, Digger. Ey, es kann sein, dass Amard dich da, äh, sieht, ne? In dem Turnier. Ey, was? Was? Wenn der, wenn der, wenn der, der darauf reagiert, meine ich. Ja, stimmt. Ey, dieses Ding, ne? Aua. Ey, Digger, wie... Ah, Digger. Ja. Ey, es war ein Vierter, der gab mit sieben Kills, Junge. Ah, das haben wir doch letztes Mal gespielt, ne? Ja, ne. Ah, das ist jedes Mal ein anderes. Ja. Ja. Deswegen heißt es so random. Random Sass. Random Sass. Boah, Digger, ich... Ich... Boah, kennt ihr das? Nachdem ihr so getwittert habt ihr so ein richtig kumpies Gefühl? Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich hab das immer noch, Alter. Boah, das... Boah. Herr Lolimap ist eigentlich voll geil. Ah, Digger, ist das so Krebs drin, ne? Ah, Digger, ist das so Krebs drin, ne? Ah, Digger. Jungen, Digger, sie müssen die Echsel kommen. Die... Babala. Ja, Alter. Du sagst Continuous, ja, ne? Ja, bestimmt so safe. Ja. Digger. Ah, das ist Borderlands. Ah... Ah, jetzt hat die Interviews korsiert. Oh! Mati, dann hab ich euch gepusht und instant Engels chill. Ne, was heißt chill, Digger? Ich krieg jetzt jetzt alles. Ja, Mati war lowest fuck. Ich hatte zwei HP. Also... Also... Ey, Jan, sind gleich ein bisschen du aus, Arena. Digger. Digger, aber dann halt... Ja, gut, ich wusste nicht, jetzt bleibt länger. Ja, was ist? Also du musst sagen, wenn du keinen Bock hast. Ne, hast du keinen Bock mehr gehört? Ne, hast du keinen Bock mehr gehört? Ich gebe ihm einen 90er. Klar, Digger, klar. Du hast zwei Brüche. Was für ein Problem? Meine Treppe ist nicht schön aus. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Oh, 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 oh.